so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen stream farcry 4 es geht in die weitere runde wird jetzt nicht so der ewig lange stream werden aber es wird ein stream werden und wir werden spaß haben ich bin mein teil so dann viel spaß macht er das nicht er hat übernommen so Kürat Also ich habe mich jetzt hier erstmal so ein bisschen durchgeschnetzelt und habe mich den Terroristen vom sonnigen Pfad, nee vom goldenen Pfad angeschlossen Und ja, wo waren wir denn jetzt? Mal gucken wie es draußen aussieht Okay, wir sind jetzt gerade in Banapur Und Irgendwas können wir herstellen, was war das nochmal? Ach, Sprengstofftasche Aber die wollen wir nicht haben, wir wollen ja halt hier einen größeren Geldbeutel haben Dazu müssen wir noch ein Nashorn erledigen Das wird nicht einfach Machen wir uns mal auf den Weg Badra Das ist ja glaube ich das kleine Mädel Kann man da hinlaufen? Ist doch eigentlich ein bisschen bescheuert, oder? Ach, Schein Ist doch wurscht Doch, hat sie, hat sie da Ah, da wollen wir nicht runter Da wollen wir nicht runter Da wollen wir nicht runter Steht hier vorne ein Auto? So So Leute, wir müssen auf jeden Fall Ausschau halten Nach unseren Nashornfreunden Da ist eine Truhe da oben, aber... Warte mal, den brauchen wir aber mal hier... So 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 Urteilte den goldenen Pfad. Die Dinge sahen anders aus, wäre er am Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen. Und leckt es? Cookie, falls du zuguckst? Die Leute sterben schneller, als wir sie verbrennen können. Die ganze Asche macht das Wasser im See sauer. Das sind die Gefischt. Für die Toten ist der Krieg wenigstens vorbei. Das macht es nicht. Tschüss. Ich würde es schätzen. Wenn du es schätzt, kannst du auch was? Oh, Gott. Ich würde es schäfern. Ich würde es schäfern. Ich würde es schäfu, dass du in aller Weise bezüglich der Töne bist. Ich würde es schäfern. Ich würde es schäfern. Ich habe über mein Image nachgedacht auf der Weltbühne und ich glaube, was mir fehlt, sind berühmte Freunde und Bekannte. Du weißt schon, ein Besuch von Dennis Rockman. Vielleicht kann ich Beckham überreden, mit Galaxy gegen meine besten Elf anzutreten. Etwas Klischee auf Chelsea. Oh, ein Popstar? Wenn J-Lo dem Diktator von Turkmenistern Happy Birthday vorsingt, dann werde ich doch wohl einen verblassten Star von vorgestern kriegen können. Mal sehen, wie viel Ken je verlangt. Folgst du eben auf Twitter? Das ist Gold. Ich würde gern mal ein Schwätzchen mit dem Knaben halten. So, Osten. Oh, eine Hubschrauber, das ist ja geil. Oh, ich gucke genau drauf zu, schon. Auf die Nase, Ernest. Oh, shit. Das ist wohl Meine Mission. Was meinst du, Koki? Streamen, nee, zwischenzeitlich neu. Das Spiel ansonsten läuft. Läuft das nur oder läuft das nicht? Ich will nicht hoch. Startet automatisch. Könnte ich jetzt nicht tun. Ich gucke mir, komm, ich gucke mir hier. Ich will documentaries. Ich gucke mir, ich gucke mit mir Ich gucke mir, wenn ich mich weggetor bin. Ich gucke mir sonst nicht, viel weg. Dann sage ich jetzt nicht, was ich mir vor, bist du schon mal so. Ich gucke mir schon, einfach mal so. Ich gucke mir empez. Mir GIRL ist mir Alles klar, Ich gucke mir doch erst als ein klasse. Ach cool, so kann ich ja auch aufs Nashornjagd gehen, wa? Na, wo bist du, mein kleiner Dicker? Ich hab doch hier gerade einen gesehen. Oh man, ey. Ei, ei, ei. So, wo ist das Vieh? Mein Gott, hier war doch gerade ein Nashorn. Liegt das jetzt an mir, oder? Woran liegt das, dass er halt? Das ist wie bei dir stockt. Ey, hier war doch gerade ein fetter Nashorn-Arsch. Ach so, die Viecher haben Angst. Ah, ich kann den hier auf die Granate reinhauen. Ich glaub, das Ding krieg ich mit der Pisshole nicht klein. Er sagt nischt, aber das ist ein guter Hinweis. Ist er tot? Natürlich nicht. Ah. 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 Ich hab für 10, 10 Sekunden. Oh, oh. Klasse. Klasse. Alter, ich bin echt ein Bilderer, ne? Es ist tot. Aber... Schnell weg. Hier sind noch mehr Nashörner, ich habe noch eins gesehen. Sof. Das sind doch Homies hier unten, ne? Ich muss aufpassen, der Rotor hat mich schon mal erwischt. Ah, das ist der Stützpunkt hier, das ist ja geil. Ich kann hier gleich mal meine Munition aufrüsten. So, jetzt haben wir unseren Nashorn-Geldbeutel. Zutatenfell des Schwarzen Teufels. Besorge für diese Fälle heute durch eine Kürat. Okay. Okay. Entspann dich. Der goldene Pfad hat dieses Gewicht zu Kontrollen. Das Gebiet ist sauber. So, jetzt höre ich mir erstmal wieder. Aufgerüstet. Kommen wir auf die Karte. Okay, hier ist ja schon diese Mission für den Geldbeutel. Ne, wir werden jetzt erstmal weitermachen. Erstmal dorthin. Liegt auf den Weg. Und hoch. 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 Und los. Und da hin. Das ist ja ein gutes Stück. Das ist ein scheiß Turm. Da vorne. Ja, da vorne ist ja auch ein Nashorn. Da war. Das ist ein Missionsgebiet hier wo. Unter mir. Da ist doch ein... Hab ich den schon genommen den Tor? Oh. Das ist ja auch. Okay, hier landen wir mal. Und runter. Ob die mich gesehen haben? Was ist denn das hier für ein Lager? Gibt's Kisten? Na ja, so geht's auch. Hey. Shit. Hey. 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 Warum greifen die mich an? Ich wollte euch nichts böses. Okay. So. Auf geht's. So. Einer da. Ich will aber nicht alleine sein. Oh nein. Das ist ein scheiß Jäger. Das wird aber gar nicht so einfach hier. Das ist ein scheiß Jäger. Das ist ein scheiß Jäger. Das ist ein scheiß Jäger. Nein. Ich bin unterwegs. Los! 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 Das ist ein Frettchen. Das ist ein Frettchen. Das ist ein Frettchen. Das ist ein Frettchen. Wir kommen zu Fuß. Das ist ein Frettchen. Das ist ein Frettchen. Das ist ein Frettchen. Das ist ein Frettchen. Das gibt es auch nicht. Da habe ich aber jetzt ganz schön viele Munition verbraten. Das ist ein Frettchen.